Ob die Grabschreuz wieder irgendwo lauert? Könnte sein, aber erst einmal. Hallo oder Seizen, willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Runde 1. Hm. Potato Aim hatte ich aber vorhin schonmal, hab ich alleine gespürt. Was der jetzt reingekommen ist? Ne, der rausgegangen ist der Potato Aim. Hm. Hm. Das kann jetzt noch dauern. Ja, das dauert noch etwas. Jetzt müssen praktisch noch vier bei den Laden, weil zwei laden noch und zwei sind gar nicht da. Da hat bloß kein Bildchen. Jetzt fängt er an zu Sanduhren. Kann ich gucken, Tab hat nicht funktioniert. Oh, dass der Fehler immer noch drin ist. Hä? Den hatte ich ja noch nie. Genauso wie Leertaste geht nicht hier. Ja, funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe anfangs immer gedacht, das liegt in meiner Tastatur, weißt du. Nein, nein. Und zwar für zwei erstmal Ubisoft. Und zwar für einen neuen besseren Tastatur. Wir sind ganz wichtig. Das ist ja so. ist. Hä? Was ist so, dass Ubisoft immer schuld ist, oder was? Nee. Fragt jemand, warum da die Hintergründe anders sind. Ach so. Bei uns einer? Ja. Frage von dem hab ich grad auch nicht gesehen, ne? Hm. Taucht dir auf, wenn du den Chat öffnest? Was macht man Antonio so lange? Ach so, der schreibt ja Buchstaben, stimmt ja. Hm. Oh, mein Chat funktioniert grad auch nicht. Oh Leute. Hast du jetzt die Antwort von ihm gesehen? Ja, die Antwort, ich hab deine Antwort gezählt und seine Antwort gezählt, aber was er vorher geschrieben hat, das weiß ich nicht. Er hat gefragt, warum bei Termit und bei Esch die Hintergründe anders war, ob ich es sind. Ja, stimmt. Ich hab bei allen den grauen Hintergründen, bis auf den, äh, die Elite-Fritzen, die haben's nicht. Die haben das. Hallo? Geht sich jetzt neue Hintergründe kaufen? Das ist ja Monty, wa? Der, der grad gefragt hat, jetzt kommt wieder ein neuer rein, Ubisoft, ernsthaft, ey. Küche sind sie schon mal, sind sie schon mal nicht. War oben, da wird's lauter. Jetzt hört's schon auf mit meiner Kartenkenntnis. Oben! Uhu! Oben, ja, krieg ich auch noch hin. Oh, die haben hier eine Kamerafrau, äh, was, Spritzenmann soll das gewesen sein, als er aus dem Kamerafrau. Ich bleib dabei, das war Kamerafrau, jemand anderes hat den Spritzenmann identifiziert. Eure Mission lokalisiert und entschärft eine Bombe. Ach, Ubisoft, ihr Nasen, warum schickt ihr denn einen neuen rein, wenn's grad frisch losgeht? Die Bombe wurde lokalisiert. Bleiben! Mira haben sie noch! Mira! Ich bleib bei Kamerafrau. Also da, wo die Wand offen ist, da läuft ein Thunderbird drauf auf das Loch, wo ich draufgeschmissen, äh, drauf aufgemacht hab. Wenn du etwas Zuwendung brauchst, kannst du doch einfach fragen. Wenn du etwas Zuwendung brauchst, kannst du doch einfach fragen. Oh. Ja, ich mach weg. Ich hoffe doch kein... Philippinko Spastier, aber auch nicht. Jetzt hab ich wieder beschossen, weil ich so geizig bin. Ja, ja, ja. Das ist doch klar. Mann, ey. Hallihallo. Er hat dich so runtergeschossen. Ich mal, ich wollte hier wieder aufspringen, weil ich für ganz schwere Zeiten springgeschossen... Ja, raschelt jemand neben der Tür. Ich würde gerne mal gucken, wo er raschelt, da raschelt die Mira. Aua. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Eigener Trupp neutralisiert. Betrefft aber auch genau. Nicht. Laut Kamera, ja, nicht, aber... Man hat gemerkt, er hat ziemlich schnell getroffen. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um meine Bombe aufzuspüren. Ah, Küche. Mira haben sie auch. Das ist die Vector gewesen. Alibi, okay. Na gut, die Vector kann aber auch Dings haben. Goyo. Ja, aber ich habe gleich an Mira gedacht, weil die gerade eben schon unterwegs war. Küche. Äh, war's jetzt Mira? Ich habe jetzt unten auf den Boden geguckt, weil da was rumstand. Ey, komm hoch. Ich glaube, der Augenwinkel hat wieder gesagt, das ist Mira. Das ist Mordzi, okay? Noch fünf Sekunden. Ich habe da nur aus dem Hessischen... Gelang zu der Bombe und entschärft sie. Halt nach vorne auf. Oh, ich spare da nicht, da links in der Ecke. Das ist ja schön. Sprengbereich räumen! Habt ihr den Entschärfer? Ach, nicht kaputt. Ich gehe mal auf Risiko oben rein. Fiepen, geh weg. Nira haben sie auf jeden Fall. Kacke, ey. Bringt die mich schon wieder um. Keine Assistierung? Okay. Kapital liegt draußen verletzt rum, wenn du helfen könntest. Ah, springt hier mal raus. Achtung, Explosion! Stoßgericht! 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 Bande noch im Esszimmer. Wo noch ein Gegner übrig. Gut, mal auf den Fall. Luftlieb platzieren! Gegner neutralisiert, eigener Druck erfolgreich. 5. 3. 3. 7. 8. 10. 7. 19. 20. 20. 20. 21. 22. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin mal kurz da, gerade mehr. Standort der Bombe in Gefahr, entsprechend planen. Die Luke, wo der Herzschlagmann mal runter segelt hat. Der Boden ist gesichert! Geht so. Verstärke die Wand! Störe in der Einsatz. Der Tischwochkeit mal runter lag. Zehn Sekunden. Du hast ja wohl für jedes Ding aufgenommen. Schon ein paar Erinnerungen gemacht, auch wenn die Karte noch recht neu ist. Der lag hier drüben mal im Nebenraum unterm Tisch. Ich bin da vorbeigelaufen, fand das seltsam, bin nochmal zurück. Da lag da halt wirklich, lag da halt wirklich einer unterm Tisch. Aha, wie ist denn das hier? Glässe haben sie. Glässe haben sie auch. Hast du schon gesagt, was die denn haben? Ich hab's dir nochmal nachgesagt. Echt? Ja. Ich schlafe doch schon mal. Hier ist keine Tür. Ist irgendwas Auffälliges zu sehen? Ja, ah. Schönes Licht ist das hier. Doch, einer ist hier! Da, in der Außenwand. Das Licht ist echt schön. Wo kommt denn das her? Hier ist gar kein Lämmchen. Drohne. Ja, da ist nämlich kein Lämmchen. Nee, da ist kein Lämmchen. Guck nach. Oh. Das war bloß Puppety hochgewirbelt worden. Oh, 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 Glässe. Das lass ich jetzt. Das lass ich jetzt. Joah. Das ist schon mal gut. Scheint hier im Raum von jetzt zu sein beim Billiard, oder? Aber da war doch ne Teamkollege. Oder auch nicht. Oh Gott, ich bin auch am Boden. Die Bana ist direkt bei mir an der... Also bist du nicht am Boden. Wir haben glaube ich noch Bug. Ein Gegner verbleibt. Die Bana ist... Einer Politik, weil ich alle Gegner eliminieren. Und vorher zwischendurch alle dich zu dummen muss. Esszimmerküche. Gleiche Position wie eben. Nee, eins gewandert. Nee, wie davor. Als wir die letzte Angreiferrunde hatten, waren die da. Ach so, stimmt. Da war ja was. Oh Gott. Ich spiele ihn so selten. Kommt da jetzt noch was? Irgendeine Anekdote? Nee. Ich sag doch, ich hab den so... Ich spiele ihn nicht so oft. Ich hab auch keine Ahnung, das für den zu erzählen. Irgendwie. Das Gegner ist auch richtig kacke. Ja. Aber total. Nein, ich hab kein C4 mit. Ich kann mit dem Zeug nicht umgehen. Ich werfe das immer viel zu kurz. Du kannst das C4 an den Stacheldraht packen, dann schleudern, dann fliegt's weiter. Ich geh mal zur Luke. Schönes Lichter. Wo kommt das her? Draußen ist es gar nicht so hell. Die schummeln doch alle hier. Luke zu. Mal Geld an! Standort der Bombe in Gefahr. Entsprechend planen. Ey, wir haben irgendwie Gelbling. Ist das der Trunker? Gelbling? Ja. So meinst du das? Verstärke niemand! Es bleiben noch 10 Sekunden. Ich hab so die Piffpapfistole. Damit kann ich nicht auch... Ich sichere die Tür! Nur noch 5 Sekunden. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Auf feindliche Aktionen vorbereiten. Ach, das ist der Herzschlag? Sonst spawnt ihr immer fleißig. Machen wir? Sonst spawnt ihr immer hier bei dieser Einkamera hinterher Garten fleißig. Bitte? Was wollt ich grad wissen? Ich muss erst mal gucken, weil normalerweise kann man hier viele markieren. Beim hinteren Garten. Heute nicht. Klebe die Wände fest. Oh, ja. Oh, hallo. Oh, scheiße. Dieses Kühlhaus oder was ist das? Pass auf Fenster und Tür auf. Oh. Dann war das echt tot! Ein Fuse weniger. Hier oben ist er cool. Oh, gleich sterbe ich bestimmt. Geh ich denn gar nicht, damit ich hier oben stehe. Eine Überraschung. Oh. Scheiße, das klebt das da oben. Der Miet noch, wa? Hm. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Woh-o-o. Untertitelung des ZDF, 2020 Mist, er ist offen, der kann direkt zum Esszimmer 15 Sekunden So, nicht Ey, der wollte treten Ja, der Zetschanker wollte die Ella treten Ja Ja, der Zetschanker wurde Ja, der Zetschanker wurde Ja, der Zetschanker wurde Das wird etwas länger sein, die Jacke, aber Irgendwie schon So was kann er cooles? Einen Tisch hinstellen Mit der Schrotflinte rumballern Okay, dann kann ich umhauen Ey, was geht das hier weg? Willa, da war doch etwas mit dir Mit deinen tollen Teamkollegen Ja, ja, drei Rekruten Die sind die ganze Zeit den anderen hinterhergerannt Aber wir haben keine Rekruten Das kann sich noch ändern, wir haben noch die Möglichkeit den Operator zu wechseln Nein Doch, doch Das geht's am neuesten Ja, ich weiß Aber ganz ehrlich, da kommt man in ein angeknabbertes Match Und kriegt als Operator einen Rekrut Hey, da hab ich mir auch gedacht, ich bin der Fallschule Hey, da hab ich mir auch gedacht, euer Ernst jetzt? Irgendwas im Programmcode etwas schief Ich guck mal, Keller Geisel Keller nicht, Astro können sie noch sein Flieger Das ist Flieger Und das ist Mira Oh, Ella Wer ist denn der letzte? Fragezeichen Sichtkontakt mit Geisel bestätigt Evakuierung eingeleitet Passt auf, die könnten da Goyo dran gepackt haben Also so ein Haben wir ja vorhin schon mal getestet Das ist nicht so cool Was ist da oben? Statt Lichter bereit! Oh Ist dich selbst? Ne, geht ja gar nicht Bist ja selbst hing Und die hat ne Brille auf Schreibt, warum? Oh, Ella, du dumme Kuh Ich riskier's mal Ich will's ausprobieren Ich will wissen, ob's gut geht Jetzt bin ich gespannt Das ist schon offen Okay, ich hol's nicht aus Die Birerf Parkinson schreitig Das ist Sand aufmdach Grober Sand Voll Da haben wir mal ein Lösch Die könnten CopCon haben Die haben bestimmt die Tür zugemacht und ein Kanister dran geklebt. Nur noch ein Gegner übrig. Warum? Das Banditkacke, doof. Heinz. Geisel gesichert, Evakuierung einleitiert. Oh, schieß. Es schießt. Plums. Geisel erneut sichern. Mach erstmal los, Klau. Geisel befreit. Weiß es nicht. Ella ist mir förmlich ins Gesicht gesprungen. Hast du dich gefreut? Nee. Wird es da aber machen können. Soundet kurz ausgesetzt. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Aha, Klavier. Die haben wieder Goyo. Du musst jetzt sterben. Aber sie sich bestimmt nicht gut angestellt hat in der Runde davor. Hallo. Kanister. Ja, genau. Hatten die schon wieder, Ella? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Irgendwas war es? Hm. Irgendwas war es. Zehn Sekunden bis Einsatz. Ja, war zu schnell weg. Fünf Sekunden. Geisel gesichtet. Freigabe für Einsatz erteilt. Oh, ganz in weiß unsere... Sag mal. Wer? Der Checkort? Banner. Wechseln das Bagagin. Oh. Schmetterling. 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 Schrotflintenkabkahn. Oh Gott. Das war ein Kunstatelier. Dann habe ich aber gehört, das war nicht so erschreckend wie Grabschrohr vorhin. Auf Chalet. Weiß ich nicht, warum ich nach Zugangssperren geguckt habe. Nee, Schade. Die Bahn hat aber nicht mehr viel. Zeit für eine Kona-Station. Genau. Oder für eine Spritze von Doc. Oder Finka. War keiner. Gucken, die findet bestimmte Zugangssperre, da bin ich mir fast sehr sicher. Das ist eine Steinwand. Ich kann mir dieses Ehren nicht angucken. Wie sie eine Zugangssperre findet. Das ist ein schwarzes Auge. Die findet eine Zugangssperre. Wobei, so viele Türen kommen nicht mehr, eher wird es umgeschossen. Ich finde trotzdem eine. Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Zugangssperre findet, sinkt mehr und mehr, weil die Tür zu ist. Der muss erst anklopfen. Da ist bestimmt kein Lister dran. Es bleibt noch 15 Sekunden. Keine Zugangssperre. Aber jetzt, jetzt, jetzt. Achtung. Nee. Och. Die sind ja... Eigener Druck vor dem... Gojo hat sie gefunden. Ich bin schon fast freundlich. Einer der Gegner geht's. Vielleicht der, der erschossen wurde. Altes Büro. Hm. Bei uns ist aber auch einer gegangen. Was? 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 Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigen. Nee. Jetzt ist das hier bei meiner. Nur noch 10 Sekunden. 5 Sekunden noch. Geisel wurde nicht lokalisiert. Komm, komm. Oh, der Witschel. Das sieht so lustig aus, wenn sich jetzt jemand draufsetzt. Pass auf. Das Spiel hängt bei mir. Schildseinsatz. Äh, aktiviert. Okay. Ich laziere an AVS. Ein schönes Souvenir von mir. AVS ist platziert. Reilternsverhalt. Keine Sorge, mit Ihnen der Garant. Lade nach. Drohnie, hallo. Begegnet hat Sichtkontakt zu Geisel. Oh, Sense haben sie. Oh. Wir haben keinen Jäger mehr. Ja, und auch keine Serafila mehr. Zwei. Mit Ash. Nicht mal einen Schütze hauen, ja? Vielen Dank. Jetzt wird mal jemanden erwischen, ansonsten kommen sie von beiden Seiten. Mist. Kacke, ey. Bum, bum, krach. Flieger. Kacke, wie Kacke. T Remember. Test've. Ma. 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 Die Geisel muss beschützt werden. Den Raum sichern. Die Brille ist befestigt! Die Position der Geisel ist bedroht. Bereit machen. Ich bereite ein Ästchen vor. Zehn Sekunden noch. Das Spiel hängt heute ab und zu rum. Ich kriege so klein wenig. So. Wigil fliegt, glaube ich, gleich raus, oder auch nicht? Wer? Wigil? Hm. Warum? Ich bin gerade rum die ganze Zeit. Ein Lästchen mit meinem Düsen ist platziert. Das Lästchen kann jederzeit aufwachen! Mitchell macht das wieder zu. Oh! Komm, schwing dich rein. Okay, jetzt hat sich reingeschwommen und ich sterbe fast. So. Machen wir hier mal zu. Oh! So, die Geisel. Flor ist kack. Ich hab die Geisel erwischt. Komm. Komm nicht weg. Komm nicht weg. Die Geisel verletzt, okay. Die haben die nochmal angepackt. Komm nicht weg. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Zugangssperre gelegt. Nicht in der Nähe aufhalten. Übertragung läuft. Zugangssperre angebracht. Soll sie nur kommen. Na. Zugangssperre. Sag mal. Hä, warum packt ihr die immer weg? Schwierige Geburt. Vorm Fenster. Okay. Ich hab schon wieder einen Knock. Eins tot. Die Wälder. Die Wälder. Team Könige. Oh, ne Güft. Spiel hänge nicht rum Fahrstuhl ist es, Fahrstuhl Die Anja Katharina ist unterwegs Die Anja Katharina Nicht Medien Ich guck mal hinten beim Büro Ja, Kapkan haben sie schon mal Bestätigt, die Geisel wurde lokalisiert So mal Und Bandit 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 Ich wollte eigentlich nicht runter Ja, was haben wir denn hier? Der Junker kennen wir schon Ich bin nicht wundern, wenn sie Grabschau haben So lange, so unentdeckt Aha, Frau Frost Beim Büro, bei dem Schild sind Kapkan und Mina Okay Der räumt doch jetzt ab, der Kapkan Nur noch einer vom eigenen Trupp Ich hab alles zugemacht, ich muss mich ja so ankündigen Machen wir das mal Halleluja Ah, Kona Okay, ich brauch ne Kona Ach, stirb doch bitte Boah, ich kratz die alle nur an Es bleiben noch 15 Sekunden 10 Sekunden übrig 5 Sekunden übrig Eigener Druck getötet Das war lustig, oder was? Friendly Fire deaktiviert Und battert den Typen auch wieder um, seit der Kapkan Ah Ah Töne Hüspers Töne Ihr müsst die Geisel finden. Nicht Medien, ein Büro können sie nicht sein, also Lounge oder Restaurant. Lounge auch ruhig, da sind sie nicht die am Kapkan, also Restaurant. Was ist das denn für Foss? Ne, so ein Rengoku Heinz. Die Geisel haben sie wieder. Die haben Frau Frost. Weiß ich nicht. Ich hab die Mina gesehen. Geisel gesichtet, Freigabe für Einsatz erteilt. Vielleicht treffe ich jetzt auf die Grafschrauch. Nö, auf Kapkan. Sprengladung ist angebracht. Nö. Es fiebt auf. Adrenalin! Oh ne, es fiebt. Geisel maß nimmer noch. Kack. Adrenalinstoß. Kallonschild eingesetzt. Einmal offen, Strom, Kite und Bandit. Ah, dann identifiziert. Oh, Feuer heiß. Guck ich mal hier durch. Ah, in der Küche hockt er. Scheibenkleister. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Ah, da muss Finkert sich ganz schön beweisen, um das noch zu rütteln. Die hängt noch draußen. Die hängt an dem einen Fenster, wo ich gestorben bin, an dem Fenster. Da geiert die Kapkan. Ah, hallo. Oh, interessante Ansicht. Die findet, ok, die findet keine Zugangssperre. Hatten ein paar Hänger heute, dass Regenbogenspiel nicht treten. Hier und da hängt das etwas. Einen kleinen Soundersetzer hat es auch schon. Ich hoffe, das wird nicht wieder zur Gewohnheit. Sowas grundlegend, technisches, mit Problemen. Hat man schon mehr als genug in der Vergangenheit. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss.